youtube was geht ich besser und wieder mit einem video was auch immer ich dachte ich nutze die zeit mal gleich zu sagen wenn ihr das video hier seht an dem tag und am folgenden tag weil das wird nämlich das samstags video und sonntag wird auch ein video kommen aber ich werde live schieben und das seht ihr dann unten in der dingens box seht ihr das man ich hätte immer so viel roto spielen gezwungen randoms ich hoffe ich bin jetzt nicht viel zu laut ich habe das mikro ein bisschen mehr gegeben weil über das aufnahme wollte es nicht und ich versuche das jetzt mal so umzustellen sonst bin ich sprachlos wie ich das hin kriege so wie gesagt wenn ihr das video seht werde ich höchstwahrscheinlich schon live stream oder etwas später es kommt je nach dem drauf an ob ich den mecker höhe oder nicht also live stream wird auf jeden fall ein großer part dieses wochenende es werden auch normale videos kommen keine angst aber wie gesagt schaut einfach rein unten in der beschreibung ist mein twitch und da werde ich verschiedene sachen die verschiedenen ja jetzt komme ich wieder reden nicht mehr bist du ja komm er ist immer noch da ja verschiedene spiele wie overwatch klar vielleicht auch rocket league ich weiß es nicht je nachdem was der tag bringt vielleicht auch wenn ich es hinkriege andere spiele dann muss ich aber vorher so ein bisschen ja rumprobieren und rumtüfteln weil ich die bis jetzt noch nicht aufgenommen habe und nicht geguckt habe wie ich irgendwas einstellen muss weil ich halt das überwiegend jetzt nur für overwatch eingestellt habe aber rocket league wird auf jeden fall kein problem sein das weiß ich jetzt schon weil mit rocket league habe ich null probleme und da geht voll klar ne sagt er auch ja findet auch ne oder mal gucken was ich so spiele weil ich so spielen kann alles klar dann nicht sehen wir dann also schaut einfach mal vorbei vorbei und dann sehen wir das naja ich bin ich bin sehr konzentriert ich spiele spiele ich weiß es nicht das fesselt mich immer total der entfesselt mich immer des todes erwischt das verdient du wuchen so hoch und so es gibt nichts über einen platz das hoch und so der senior hat sie alle gerettet da bin ich wahrscheinlich dem reiner direkt für die flitte geflogen ach war unbeabsichtigt ich habe einfach rum ich bin reinhard es war kein ehrenhafter kill von mir der war mega geklaut schade das hatte ich als kollegen und gespielt habe hatte ich das wenn du deine deadpack oder mine oder c4 oder wie auch immer sein wollt gucken einfach nach fernzünden fernzündmine kreativ alter auch man dieser senior so hatte ich das wenn man sie wirft bleibt sie eine zeitlang liegen wie jetzt habe ich einfach ein double kill gemacht das war play of the game das war richtig schlecht richtig richtig schlecht aber irgendwie auch cool ich laufe genau rein ruf und kippel des neuen neuen lebens doch das blutwurst war an dieser senior man kann doch die falle doch gar nicht sehen oder ich mich da jetzt so krass so so mal gucken wie die tracer hier treffen glaube ich weniger dass ich hier treffe so alles klar oh god mal gucken ob wir jetzt hier den Doppelkill kriegen aber glaub ich schon alles klar Senyata ja der Senyata der reißt es halt einfach der Senyata gewinnt denen das Spiel das ist nicht mehr normal wie der raus sticht oh die Mercy Dream verpiss dich an so 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 oh der Senyata alter ist ja du oh hallo nicht alles auf mich das war die dritte Ulti die ich jetzt abgekriegt habe man ey ich mehr normal die mach ich ja 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 dann dann leck dich einfach hin und her ist auch gut ist auch toll guck mal wie der rumleckt er läuft einfach nicht in die Falle das ist alles klar dann nicht dann nicht man der Senyata gewinnt es der Senyata macht er alleine der Senyata gewinnt es eindeutig nicht mehr normal holy crap ey dieser Senyata also wenn der nicht player of the game kriegt dann ist dieses Spiel total unbelast belast ist geil ey ja wahrscheinlich I got you I push got you in my side mama ja das ist richtig toll gemacht als linke maus hast du gewonnen richtig geil richtig geil mit deinem aimbot richtig rasiert junge aber ist halt so manchmal kommst du halt auf randoms die richtig was drauf haben nur das problem ist manchmal sind diese randoms die richtig was drauf haben 99,8% im Gegnerteam die Affen ey äh äh das ist ja Winston gewesen das ist ja Senyata gewesen ja das kommt auch noch so was ey mein Lieblingsspielmodus also ich weiß ich finde ich finde die king of the hill steht richtig nein ich komme nicht aus berlin das war gerade voll rumgegebelt rungelispelt ohne ende ähm ähm äh ich mag ja toll random toll doppelfairer kein tank nice egal geh mal rein komm bleiben wir alle stur gucken wie lange er braucht bis er merkt wie ist der 63 geworden wie kann man dieses spiel nur so ohne gehirren spielen ohne witz junge dem muss noch mehr bekifft sein als snoop dog oder wie der heißt da wie kann man denn nur so lernresistent sein wie dieser mensch oh 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 krieg zu viel ey oh 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 ho oh witsch ja komm also ich habe schon unter geschmissen habe ja persone fährer runterzuschmeißen hast toll gemacht kristen keks als ob du eine fliege mit der hand ja ich sollte gar nichts machen ist halt an die pick ja ich wollte gerade sprinten falls ihr euch fragt warum ich das gerade hoch gesprungen raketensprung ist schiff ich wollte gerade sprinten welches solcher gesehen habe und ich denke ich werde in dieses cod muster gefallen endlich endlich ich kann nichts gegen den soldier machen ich muss wechseln ich werde gezwungen zu wechseln meine solcher macht echt gute arbeit erholt beide ferrers ich war ich beschäftigt bin mit den gegnern und die andere fairer weil die einfach scheiße ist scheiße maxi und aber weiß nicht mehr in maxi und ist sondern er so power und ja zack jetzt gibt es voll auf die backen alter wirst du wirst du ich mach ich mach denn der war leider nicht unser ja alles klar als ob der so rein lag ich packe es nicht hier todmann meine mails warum immer noch drei leute auf dem punkt leute ich hatte letztens ein bug auf auf diesem ich glaube die junk tower heißt es dass ich mit diesem eis club mich schon verwundbar gemacht habe und dann gibt ja im prinzip fällt so unterstürzt aber rutscht so ein bisschen weiter in die mitte das ist wie so todescanon und ich genau der kante da stehen geblieben ja machst du nix guckt ja das thema ich hätte besser das spiel verlassen ohne witz wenn die schüsse die nimmt jetzt gleich mehr ich schwörs euch ich bin überlegen ob ich dinge zählen aber leute ich hätte jetzt meiner mail gesagt ja er hat selber in die luft er hat er geil gemacht hat er genau so gemacht wie es waren würde auch wenn es so ein bisschen lucky war aber ist nun mal so ist halt der kaputtmacher war ich mach dir voll stress Ich war damit am spekulieren, dass er hockt. Ah, komm. Ja, ich waste jetzt nicht meine Ulti. Ich bin gerade geschockt. Ich habe noch nie auf D-Range mit dem Rechtsklick von Roadhog Schaden gemacht und er one-shotted mich. Keiner von meinem Team ist da. Hoffentlich werden jetzt nicht alle von dem getötet. Ja. Crystal B. Ich bin Diva. Mami. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe es noch gar nicht getestet mit den Sound-Einstellungen. Ich bin nicht zu laut. 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 schau mal snowboy das ist ja ich performe gerade gar nicht ohne witz ich performe gerade gar nicht ist echt traurig was ich hier so von mir bringe den ganz ganz vergessen hier den rechts mech click rino aber ich glaube ich nehme den hier aber ich brauche darauf habe ich brauche darauf ja hallo danke ja hallo das ob ich als ob ich die nicht treffe die muven wieder wie die letzten w sd kruppel oh mein gott ein reaper panik panik gesicht drauf und es klappt auch noch ich hasse solche menschen ja du denkst du kannst rucken ne du kacke ich bin tot easy down wo ist mein team wieder ich bin eben mit dem lucio losgelaufen ich bin gerade gestorben und lucio ist jetzt erst angekommen das müsst ihr euch mal geben der ist jetzt erst angekommen und der ist schneller als ich wenn er seine musik anmacht auch wenn du nicht glaubst er dreht sich auch noch genau in dem moment um ist das anlaki gerade das eigentlich gelaufen kann vergessen also ich gebe nicht schnell auf aber guckt euch das doch mal an ich hab grad meine ulti gedrückt und er ob er hockt denn auf die die distanz ja macht doch gerade irgendwie kein fun ohne witz ich wäre besser rausgegangen ich schwöre es euch allem was mir heilig ist ja der hat natürlich wieder was parat junge junge der typ ist echt anstrengend macht die die war da wenigstens macht ihr etwas 614 zu 96 erst ist echt traurig irgendwie denkst du kannst du drüberspringen wem ich gerade denke ich kenne mich ach ja alle 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 da war ja klar wieso nicht Aber wenigstens ist mein Team da Ich schwöre Ja der ist so schnell Ist auch ein Miner Mein Lucio ist langsamer Aber wenn wir das weiter so halten Ich habe den Lucio übersehen Achso Jetzt weiß ich auch warum ich so weit geflogen bin Weil der Junkrat einfach panisch Seine Mine gezündet hat Damit mich ein bisschen hochgedrückt hat Und in dieser Sekunde hat er mich gepusht Da fliege ich doppelt so weit Echt anstrengend So Gott sei Dank wenigstens Er schafft es mit einem totgenervten Charakter Irgendwie ein Play of the Games Und wahrscheinlich bin ich zu einem Coup Die Stunde hat geschlafen Alles klar Mac richtig on the run Ich würde sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns im Stream Heute und morgen Nicht vergessen Kommentarbox Stream Also Haut rein Bis dann Ciao 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 Ciao